Die Sendung wurde live untertitelt. So traurig wie du bist, kannst du trotzdem so viel lachen. Gesetz ist Gesetz, ob richtig oder falsch. Sofort auflegen! Waffe weg! Schon gut. Aufstehen! Aufstehen! Ich frag dich, wem nutzt die Wahrheit, wenn man damit ein Leben zerstört? Ich will kein Blut vergießen, glaub mir. Ich will kein Blut vergießen. Ich will kein Blut vergießen. Ich will kein Blut vergießen. Deine Macht liegt im Nein-Sagen. Sagen wir Nein, zerstören die unser Leben.